herzlich willkommen zu einer neuen folge wir sind wieder dabei mit dem guten alten melon joshi und mit dem guten alten claus und mit dem pferd was immer noch keinen namen hatte ich glaube ich nenne es ferdinand mal gucken was er in die ist ja vor produziert die eine folge jetzt wenigstens zumindest also ihr seht jetzt wahrscheinlich die folge am mittwoch wir nehmen die am sonntag auf aber mit dorfwohner wir gehen mal ins dorf kannst du dann hier draußen sein stimmt was ich auch machen wollte ich wollte ein bisschen erkunden ich gehe jetzt erkunden ja mach das heute werden wir vielleicht auch das dorf hier nicht das dorf erweitern sondern hier hast du das ob sie ja raus haben sondern hier das haus bauen warum was zur hölle komm mal her da fuk habe ich gleich ein neues something was zur hölle komm mal her ich komme doch guck dir das mal an hier ist aber atombomber eingeschlagen das ist jetzt keine richtige höhle aber die gar einfach mal ein riesengroßes loch ich will vielleicht heute auch endlich mal schleims finden wegen leinen wasser sumpf und du musst erwarten bis sonnenuntergang ist sonst wollen wir mal am meisten hier sind bienen im wasser und die nehmen schauen die kann ich gleich mal mitnehmen für die katze wir haben ja eine dorfkarte die will ich unbedingt sehen ja mehrere katzen echt eine davon will ich zählen habt ihr haustiere schreibt meine kommentare ich habe ein haustier hast du ein haustier du hast sogar zwei haustier oder hast du noch mehr 55 55 ok zu sagen welche das bleibt geheim ein eisengroß geht grad baden wir haben ja auch noch den eisengroß namens dauer jones tiefseetaucher jones so hieß der ich setze hier mal einen cut dann tue ich ein bisschen laufen wenn was besonderes passiert dann hole ich euch wieder ran oh mein gott ich habe wölfe und ich habe sogar knochen nein nein ja ich habe einen wolf ich bin eine katze einer reicht los komm ich habe so eine schwarz weiße oh mein gott ich habe ich weiß was ich gefunden habe so ein schiff oh geil und die kiste ist genau ich brauche gar nicht ins wasser gehen ist es genau unter mir und ich kann es sogar mit den mit der range erreichen ich habe eine schatzkarte ich habe bücher ich habe papier ich habe federn gibt es noch eine zweite kiste vielleicht findest du noch ja da ist noch eine zweite kiste seltsame suppe was da drin was ich guck's mal an naja das ist die versorgungskiste die ist unwichtig fluch der bindung und wasserläufer weißt du was fluch der bindung ist ja du wirst dieses item nie mehr los du wirst dieses item nie mehr los wenn du das einmal anziehst bist du tot wenn du es einmal anziehst kannst du nicht mehr aussehen es sei denn es geht kaputt ja gibt es mehr kisten als zwei in einem schiff drei gibt es insgesamt aber es kommt darauf an wie heilt dieses schiff ist drei gibt es insgesamt und du sagst drei gibt es drei kann es geben es kann auch nur eine geben ok auch nur zwei zwei von gleich gegenüber wo ist mein hund ich würde sagen ich brauche mal einen stall für die kühe sind die schatztron immer über dem sandstein ich kann dir tipp geben ja wenn du f3 drückt ja und dann siehst du bei schank also unter den koordinaten wenn du schank ja und die erste zahl muss 9 sein und die letzte zahl muss die neuen sein und da findest du da eine tour die erste zahl muss neun sein also ich hier aber du musst genau auf dem kreuz sein ich bin genau auf dem kreuz dann suchst du bei schank dass die erste zahl 9 ist die andere zahl ist die andere zahl ist 23 oder sonst was also quasi die dritte zahl muss neun sein die erste zahl muss neun sein und die dritte zahl muss neun sein das tatsache es hat funktioniert genau der blog war es erst der zahl erster 9 und zahl 2 9 er dritte neuen oha du bist genius hier ist sehr sehr viel eisen hier ist ein eisenschwert prisma dinger herz des meeres ich möchte mich da und fische unter wasseratmung ein cnc die herz meeres ähm aua nein ich sterbe los eisengolem angriff oh mein gott taucher jones angriff ok äh das skelett das skelett ertrinkt ja ne das knallt sich selbst saft also du sagst gut gemacht eisengolem taucher jones was sag ich äh du sagst ähm äh hier seileinen kann man auch also was ist wenn ich jetzt sterbe und der hund an land ist teleportiert er sich dann nach hause nein also muss ich jetzt wieder nach hause fahren so es muss dieser shank geladen sein soll ich es mal schlagen geladen sein ansonsten kann er sich nicht teleportieren ja wenn ich wenn ich jetzt hier genau an dem punkt wo der hund ist sterbe und dann wieder zu hause aufwache ist teleportiert er sich dann trotzdem noch nach hause nö warum nicht ey warum hast du partikelspinne aber übrigens deine partikel wo du sagst du dich stinkt ja das sind deine vergiftungspartikel gewesen aber durch den bug sind die nicht weggegangen ok und es tut mir leid ok ok dann warte ich hier auf koordinate ich fotografiere es mir ab 3400 weil ich bin jetzt nicht du kannst es ja mal probieren dass der nicht sitz macht also dass er für euch steht dann stirb einfach mal ok weil ich würde schon sagen dass er vielleicht oder so tschüss lepo bt teleportiere mich nein er hat es nicht geschafft er hat es nicht geschafft er hat sich nicht teleportiert so was macht der priester mein bett jetzt sieht das mal an das hat gute versauberung hallo zieht das mal an das hat gute versauberung das ziehe ich nicht an nein brauchen wir noch einer zieht eine ledermütze ok ich habe zwar nicht das biome gefunden leute wir sind wieder zurück wir sind wieder back zu hause street home home street home wir haben zwar nicht das gefunden was wir eigentlich gesucht haben aber das ist jetzt nicht so wichtig ansonsten trainen wir einfach die dinge ich wollte jetzt eine katze ziehen dann kannst du nicht reden leiden kannst du nicht reden also nur bekommen vom wanderer scheiße dann müssen wir warten dass man da kommt wo ist katzen hier ist eine weiße katze ja alles gut alles gut ihr bleibt doch stehen ich mach doch gar nichts muss man sneaken sneaken und dann fisch anhalten ja wenn die automatisch zu dir läuft dann darfst du nicht mehr laufen dann rennst du weg nämlich die läuft nicht automatisch zu mir da hast du fisch ja jetzt geht auch gebratener lachs glaubt nicht jetzt kommt doch her nichts mehr okay warte hier katze ich hole jetzt fisch für dich und mein letztes schwert es ist doch mal dabei gewesen wo ist der antritt wo ist der dritte fisch naja wenn du mit den zwei jetzt nicht angekündigt wirst ja ja ich habe die katze schatzkarte tue ich hier rein ich habe übrigens noch 43 kohle wo ist meine katze wenn du jetzt nichts besseres zu tun hast kannst du kür suchen kür ich habe 10.000 kür auf dem weg gesucht gefunden aber du brauchst weizen dafür auch noch seltsame super ich kann erstmal trainieren hier wo ist denn der villager hier wenn ich mit der kohle ne ne mit den fäden hab ich konnte was ich konnte 3 smaragde traden ok wo hast du nun eigentlich meine smaragde hin getan hast du die genommen habe ich in meiner tor gemacht ich habe so eine kleine tor habe ich die mit hin gemacht ok dann haben wir jetzt 40 smaragde habe einfach meine mit dazu gelegt wir haben hier einen normalen monitor der normal aussieht den können wir gleich mal hast du das lesepult schon gemacht nein ich brauche noch immer das leder deswegen ach das leder für den lesepult ja du brauchst dafür ein bücherregal nehme ich ja bücher habe ich aber ja gut gönn mir die bücher äh drei brauchst du ja ja wie nenne ich meine katze ich nenne sie irgendwas mit schnee ich nenne sie hier snowy weil sie so weiß wie schnee ist und hast gemacht ja da können wir gleich dem tut hier geben ich meine freie stelle weil der lud ist arbeitslos ja komm wir machen das hier genau ja perfekt das ist scheiße lass mich reingucken plamme plamme nähe bau wieder ab ich sag dir dann was alles drin ist du brauchst ihn äh der hat's ja wieder das gleiche hat's wieder abbauen was na 24 papier für 1 maragd und 9 maragd für ein bücherregal wieder ne warte warte plünderung 3 hat er 15 mark entweder schärfe oder schuss äh schutz ach nimm an nimm an nimm an kannst du da weiter mal machen ja ja entweder hier reparatur ne ein anderer nimmt an da hier nimm an entweder reparatur äh schärfe 3 ne schärfe 3 reparatur oder schutz 3 alles andere kannst du weg machen äh wasserläufer ne schärfe 3 reparatur 3 oder schutz was reparatur 3 gibt's nicht ich wollte grad sagen schutz 3 ah schutz 4 sogar oha schutz 4 hat er 43 smaragd und ein buch schutz 4 das ist egal das ist schutz 4 ist sehr gut oha ok äh hier können wir können wir verzaubern ne ja ja ich hab wir haben so einen drauf platz flückstoß schwungkraft ne das ist das ist noch nicht das wichtige äh wir haben ein herz des meeres was können wir damit machen schneller schwimmen oder damit können wir etwas ein altar bauen und damit können wir unter wasser schneller abbauen schneller schwimmen äh unter wasser atmen und mehr weise wir haben ja schon 57 wie viel hast du denn getradet ich hab wieder ein paar inwands getradet ja ok ich mach mal kurz neue tools soll ich nochmal auf reisen gehen sonst kür suchen ähm apropos du hast doch wegen leder äh wegen sattel ja ich hab doch hier einen ich hab doch hier einen ich hab doch hier einen bist du blind? ich hab doch hier einen warte große drohe ja ja danke brauchst du eine noch? ja ja ok gut ich will ein esel haben oder maultier keine ahnung kühe sollte ich suchen ja ja kühe solltest du mal suchen haben wir noch essen und die dann dort ins rege bringen ok haben wir noch essen ich hab 24 kartoffeln die können wir braten ne weizen bräuchten wir kartoffeln gegen gut ja ich hab weizen ich hab weizen du hast weizen? ja ich hab hier getroppt ich hab hier getroppt achso vier weizen wow da kann ich ein brot draus machen nein kein brot achso ich soll das für achso ich dachte das ist jetzt essen ich hab noch weizen alles gut ja hab hier noch nicht ge verkraftet warte mal wir müssen mal gucken dass wir morgen eine eisenfarm bauen das gold kann ich auch mal schmelzen ja gut warte ich hab auch noch gold da können wir gleich mal goldäpfel mit machen ja gut da suche ich mal ja nein nein ich hatte vier kühe eine davon lebt noch krass krass und die anderen sind jetzt im moos sind die man wie kannst du mit drei kühe verlieren creeper creeper ja mach mal bitte tag ja mach command diesmal ist es erlaubt nein nein die nächste kuh ist tot jetzt haben wir noch gleich zwei schafe dazu zwei schafe eine q3 schafe eine kuh wir haben jetzt ein schaf und zwei kühe wir haben jetzt einen bauern noch okay ist das gut ja ja warum hat unser dorf eigentlich kein feld ja jetzt hat es feld ich habe ein feld gebaut achso weil ich habe mich aufgeregt hier dass kein feld existiert gott sind die kühe scheiße langsam im wasser dass die auch so dämlich sind und den weizen folgen das muss man mal dazu sagen ja aber das dorf hat schon vormann genommen ne ja ja also auch das feld das tut übelst übelst gut den platz nehmen das ist gut ich werde hier noch mehr felder hinbauen auch ach das ist halt ein bisschen massentierhaltung aber das geht die welchen sich so rein los komm ja geht doch das weiße aus der hand bin so lebensmüde ja das ist nicht vermehren ich habe hier unseren baum schöner gemacht die hühnchen und die blümchen ich habe diesen baum schöner gemacht jetzt haben wir baby schaf und baby kuh und die werden dann auch nochmal miteinander gezogen der baum ist schöner jetzt so hast du den umplatziert nein aber hier waren den baum den du gefällt hast hat sich mit diesem baum kombiniert die kletter habe ich da weg gemacht ach stimmt das ist gut ja stimmt deswegen sind die auch nicht weggegangen und hier das ist der das ist der baum des holzbrettes der holzbrettbaum so haben wir genannt äh was tradest du immer noch scheiße hier in deiner droh ist jetzt die komplette die errüstung hier ja in den droh nein in deiner so oh danke wasser in affinität was ist wasser affinität schutz 1 ich würde jetzt mal glauben dass du ne gleich dass du schneller unter wasser bist wie kann ich die äh die entscheidungs runter machen ja hier so durch diesen schleifstein ach stimmt einfach rein machen und weil nämlich jetzt das ist nicht das beste mhm aber da kriege ich sogar xp dafür ja ja achso dann lohnt es sich tatsächlich sogar ich habe mich schon gewundert weil dann sonst wäre das ja eigentlich scheiße aber so lohnt es sich halt natürlich achso können wir die ganze zeit äh gucken was wir so haben können neuen charmings drauf machen wenn die uns nicht gefallen dann das gut genau schusssicher 3 soll ich das drauf machen auf meinen helm äh dann kannst du aber keinen schutz mehr drauf machen so äh was was soll ich denn auf ich könnte schutz 2 auf meine brustplatte machen na ich meine wir werden hier schutz uns traden äh dann habe ich noch haltbarkeit 1 gut ich geh jetzt feuerschutz 2 könnte ich auf die hose drauf machen soll ich das machen also kannst du machen ich werde aber nur auf schutz gehen ok ich glaube auf den schulen sollte ich federfall oder ja kannst du machen ja gut da ist aber nichts drauf naja mal gucken wir brauchen halt mehr leder dass wir die ganzen bücher machen können äh ja wir werden leder brauchen sag mal wer bist du eigentlich ah die bären wachsen das gut ja wo ist der bibliothek da ähm meine kartoffeln sind schön gebraten was was der hä was legt er sich jetzt schon ins bett mein bett geht gar nicht legt er sich einfach an mein bett so ach kannst du mir mal das gold geben ja ja dann kann ich goldäpfel machen also kann jetzt bisschen weniger sein das reicht definitiv glaube ich oder ne das reicht nicht ich kann nur nochmal gehen ich habe zwölf goldäpfel äh zwölf äpfel neun äpfel ja das müssen wir in den nähter noch gehen ok ich habe jetzt sechs goldäpfel und sechs normale ok so meine Freunde ich würde sagen das wäre es für die Folge gewesen haute rein Leute bis zur nächsten Folge wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like da abonniert aktiviert die Glocke um kein Video mehr zu verpassen ähm ja wir haben jetzt die Errüstung das ist ganz nice und ja bis zur nächsten Folge haute rein Leute und ciao ciao ciao